Jetzt haben wir Glückwunsch, hier ist ein kleineser Biffreis. Können Sie ein wenig Luft bestellen? Schauen wir mal, ob es geht. Ich habe nicht für den Berg gefordert. Können Sie einfach gemütlich rauflaufen? Super. Nein, nein, ich kann auch anders. Entschuldigung, da hat er ... Erst die Kappe, Simon. Schau mal, was er ist. Erst die Kappe. Schau mal. Wo ist die Kappe? Kann man durch die Kappe durchgefahren? Nein, nein. Wie ist das Hotel? Schau dort rechts, meine Mami. Ich habe sie gewusst. Ja, ich habe sie gewusst. Jetzt sie sehen sie. Und das ist das. Ich habe sie weggelegt, meine Mami. Ich habe sie nie gesehen. Ja, ich habe sie gehört. Ja. Ach, da. Also machen wir hier. So kannst du ja was dir ? Ja, das ist doch alles. So. Da ist es dann immer ein so ein Wetter. Hier nehmen wir noch ein Wetter, warum die wir hier haben. Ja, dann nehmen wir noch die Wetter. Papa, ich mache diese Pfade. Ja, ich mache das so. Wenn ich das so, dann. Ich mache das so. Ich mache das so. Ja, ich mache das so. Ja, ich mache das so. Ja, das ist das Problem. Ich meine Mutter, wo du kommst. Ja. Wie du eigentlich? Ja. 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 Schau jetzt, siehst du gar nicht. Ja, das wäre auch ein Grund. Ja. Wie ist es? Das ist der Fall. Ich glaube auch nicht. Wir werden das zählen von uns. Dass man runterkommt. Das ist ja kurz. Ich weiß nicht, das ist ein Seil, nicht für das. Da gibt's auch ein Mamas. Jetzt kommt es auf der Mamas Seite und aufs Wände. Das merkt man schön. Oh, ich habe einen Knie! Ich habe einen Knie! Weiss ich! ... 1, 2 ... ... 16, 17, 17 ... ... 1, 2, 3 ... Ja, gerne. Wir gehen zum nächsten Hebruch. Hier, einen Knie kurz verweiten, und dort müssen wir mit den Polizisten noch etwas darstellen. Du hast Hunger gegeben. Ja, wir hast Hunger gegeben. Bei uns ist es in die Schunderin gesessen. Du bist in die Schunderin gesessen. Das ist wahrscheinlich den Sex. Ich habe gesagt, dass ich Ihnen nachführe, dass ich heute noch gesteckt habe, dass ich heute noch gesteckt habe. Was? Was? Ja, sie muss. Ach klar. Links, rechts und rechts, damit z.B. die Kühe nicht aufs Gleis gehen. Oder der Reh, genau. Jetzt gehen wir gleich durch. Die Kühe nicht mehr, aber wir müssen nicht mehr ausführen. Das ist so, was wir tun. Wir müssen die Kühe nicht mehr machen. Oder wir müssen das haben. Ja, es ist ja gut. Pater Roman, nö. Sie sind aber nö. Sie sind aber nicht mehr. Ich muss jetzt sagen, dass ich hier einkriege in der Nähe bin. Das ist der Metall, oder? Ich sehe, dass ich hier fahre. Da kommen wir jetzt um 50. Sie sehen, dass es nicht um 50. Oh, ich dachte, ich kann nicht. Das wäre irgendwie ... Haben wir jetzt durch die Stecken? Nein. Nein. Ja, aber trotzdem. Das passiert wie für mich. Das ist so vorne dran. Jetzt kannst du nicht reden. Now we wake up. Everybody wake up. Ja. So, wie wurde das hier? So, eins, zwei. Hier geht's. Ah, ich soll nicht mehr weiter hinten sein, dann können wir hier. Ja. Wie weit hinten? Ja. Wie weit hinten? Gestern hat der Gesäßmann, wenn wir weiter hinten gehen.